Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk. Ja, wir sind ja immer noch hier in dieser komischen Fabrik oder was auch immer das ist und sind immer noch auf der Suche nach Evelyn. Vor allem Judy, die sucht hier gerade sehr stark nach Evelyn, so wie man unschwer erkennen kann. Unsere Gegner sind noch markiert, das finde ich ganz cool, warum die da hinten nicht angezeigt werden. Also nicht durch die Wand angezeigt werden, weiß ich nicht, vielleicht sind die zu weit weg. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, ich denke mal, es geht einfach weiter mit Rumgeballern. Nicht wundern, wenn ich mich diese Woche mit den Folgen ein bisschen kürzer halten werde, weil ich habe nämlich diese Woche ein bisschen weniger Zeit zum Aufnehmen. Aber das sollte ja hoffentlich nicht stören, Hilfe. Warte mal kurz, habe ich hier irgendwo einen Schalldämpfer drauf? Moment mal. Habe ich nicht. Kann ich denn einen Schalldämpfer irgendwo installieren? Ich könnte theoretisch, ich teste mal kurz, ob das geht, kann ich hier ein... Was ist denn das? Okay, achso, nee. Ich dachte, man kann Schalldämpfer überall reinballen. Dann bräuchte man wahrscheinlich eine andere Waffe. Ach ja, hier unten rechts steht es ja übrigens auch. Da kannst du Schalldämpfer und Zielfernrohr reinmachen. Hier geht nur Zielfernrohr. Ja, da müssen wir das halt irgendwie anders machen. Oder vielleicht einfach so. Hallo. Okay, gut, dass hinter uns keiner stand. Klar, hier liegen einfach Arme rum. Okay. Einfach mal wieder alles looten. Warte, hier ist... ...wieder ein Laptop. Nachrichten. Gucken wir doch mal, was es hier gibt. Neues Mädchen. Ah, und ist das Mädchen, das Dr. Fingers uns gibt, zu irgendwas zu gebrauchen? Warte kurz, jetzt können wir erfahren, was die mit Evelyn vorhatten. Einer kleinen klebt schlechtes Karma, mehr sagte ich dazu nicht. Wir sollten sie so schnell es geht loswerden, wie dies mit ihr zu drehen, können wir auch vergessen. Sobald jemand was von ihr mitkriegt, sind wir am Arsch. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Äh, ja, das, äh, den ganzen Spam würde ich mir nicht durchlesen. Achso, aber ich wollte hier nochmal lokales Netzwerk gucken. Hier kann ich mir ja nochmal die ganzen Leute angucken, aber das haben wir ja eigentlich letztes Mal schon gemacht. Da haben wir ja wieder Evelyn. Da ist sie wieder am Romgammel. Okay. Wieder was kaputt gegangen, alles klar. Na, cool, cool, cool. Das sind aber alles die gleichen Kameras, na, genau. Das haben wir ja alles letztes Mal schon gesehen. Also, raus hier. Dann looten wir nochmal ein bisschen weiter. Achso, nee, wir können die ja wieder ausmachen, ne? Die sind ja noch an, richtig? Ausschalten. Offline. Versuchen wir mal drauf zu achten, ob die jetzt dann tatsächlich offline sind. Oder ob ich wieder irgendwas verkackt habe. Okay. Ah, guck mal, cool. Hier ist kein feindlicher Bereich. Hier ist feindlicher Bereich. Ach, hier jetzt wieder nicht? Okay. Ah, nur hier mittendrin. Hier ist feindlicher Bereich. Hier nicht. Und hier auch nicht. Cool, gut zu wissen. Danke. Gut, dass das so gut gemippt ist. Äh. Noch ein langsamer roter. Okay, hier könnte man sich theoretisch verlinken, wenn ich genug technische Fähigkeit hätte. Aber joa. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier leise durch? Also das Ding ist, hier die sehen uns ja offensichtlich nicht. Weil sonst wäre ich jetzt nämlich schon am Arsch. Aber die sehen natürlich die Tür, gehe ich jetzt mal von aus. Bedeutet, ich bräuchte ja irgendwie ein Ablenkungsmanöver. Warte, ich kann ja nochmal gucken. Ach, lol. Okay, hier. Ich hab mich gerade gewundert. Hä, warum kommt denn hier so eine Textbox? Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren. Auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Diesmal hab ich natürlich sofort gesehen, dass das, äh... SKEFS. Egal wie viele, man zerquetscht es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Ähm. Ja, was ich sagen wollte, hab ich natürlich sofort gesehen, dass hier auch die Implantate rausgerissen wurden. Sieht man ja eindeutig unter diesem, äh... Handtuch, sag ich mal. Ach, ich könnte auch hier rum, wenn ich genug technische Fähigkeit hätte. Äh. Warte, da hinten ist noch was. Weißt du was? Dann machen wir das doch einfach mal. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal in die Kameras gucken. Hier ist auch nochmal was. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal durch die Kamera gucken und gucken, ob ich die irgendwie ablenken kann. Aber, ja, was natürlich noch viel cooler wäre, ist, wenn wir jetzt hier technische Fähigkeit leveln würden. Warte, war doch technische Fähigkeit richtig. Ja, acht von neun technische Fähigkeit. Äh, huch. Level. Huch. Und dann können wir nämlich einfach die Tür aufmachen. Hallo, hier ist. Sehen die mich denn von hier? Okay, das ist natürlich doof. Ich habe jetzt gehofft, dass das vielleicht ein bisschen besser funktioniert, aber... Wenn ich den jetzt töte, dann sehen die mich natürlich. Allerdings eine Sache, die ich hier machen kann, die ich drüben nicht hätte machen können, ist, ich kann diese Dinger hier in die Luft jagen. Ich bin... Ich weiß nicht, ob ich mit der Waffe mal auf den Typen schießen soll, einfach um zu gucken, wie stark die ist, oder ob ich einfach mal hier drauf schießen soll. Ich glaube, ich mache einfach mal den hier. Machen wir das doch nicht mehr sneaky. Okay. Also mega krass stark ist der Aufladen-Dings jetzt auch nicht. Habe ich so das Gefühl. Okay, doch, halbe... Hälfte des Lebens halt. Ah, aber guck mal, warte, die haben auch wieder irgendeinen Status-Effekt. Okay. Warte kurz, komme ich von hier an dieses... An dieses Fass? Die haben dann aber auch irgendwie wieder einen Status-Effekt, dass die Schaden kriegen. Okay, ich habe den nicht getroffen, komme nochmal raus. Irgendwie weiß ich noch nicht so ganz, wie ich darauf gezielen soll. So. Okay, vielleicht auch nicht. Ich dachte, die verlieren dann weiterhin Leben. Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken. Gehen wir einfach wieder ins Inventar, ist ja zum Glück gar nicht spannend gerade. Ach da, plus 6% Chance auf Bluten. Ah, okay, also Bluten könnten die. Alles klar. Bei dem einen hatten wir ja Feuer, bei dem hier haben wir jetzt Bluten. Cool. Shit! Äh, überhitzen? Von wo? Okay, jetzt überhitzt er mich halt. Dann warten wir mal kurz den Schaden ab. Ich hätte halt... Das Ding ist, ich habe doch die Dinge abgeschaltet. Warte, ich gucke hier nochmal sicherheitshalber rein. Lokales Netzwerk. Warum ist das denn wieder online? Ich habe das doch ausgeschaltet oder etwa nicht? Hä? Ja, okay. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht in dem Moment, wo ich die Tür aufgemacht habe, ist das wieder automatisch angegangen. Oder... Bin ich taub? Nee, du bist nicht taub, du bist gleich taub. Du siehst ihn der Scheiße! Komm mal raus. Ist der eine Typ jetzt weg? Die da hinten können mich, glaube ich, nicht sehen, weil die hinter dem Container sind. Hier, den habe ich. Ja, und die können mich gerade noch nicht sehen. Dann looten wir erstmal eine Runde. Okay. Wir looten weiter eine Runde. Und wo kamen denn die... Warum ist hier... Ist egal. Wir sind halt einfach mittendrin eine Untertitel. Und ich verstehe nicht, wieso. Ach so, jetzt sind wir aber wieder außerhalb des Sichtbereichs von dem. Dann ist ja alles wieder gut. Aber ist euch vielleicht aufgefallen? Ich bin gerade einfach wieder hier reingerannt, weil ich natürlich nicht drüber nachgedacht habe, was ich tue. Aber jetzt wurde ich auf einmal nicht überhitzt, weil mich keine Kamera gesehen hat. Hä? Ach so. Ja, ich habe sie auch wieder ausgeschaltet. Ist ja okay. Ist okay. Ich habe einfach gar nichts gesagt. Habe ich gehört? Ja. Ich finde euch. Ist gar kein Problem. Übrigens, das Ding kann ich nicht aufsammeln, weil das im Tisch hängt. So, jetzt nur die Frage, wie komme ich denn zu denen, dass ich die mal schnell töten kann. Boom. Wie sind die denn überhaupt da hingekommen? Hä? Ich dachte, hier wäre jetzt eine Tür oder so. Warte, ich gehe mal oben rum. Was hier? Nix. Hier könnte ich halt höchstens wahrscheinlich nochmal aufs Netzwerk zugreifen, aber das wäre nicht interessant. Vielleicht komme ich hier oben irgendwie weiter. Kann ich da rüberspringen? Warte mal. Können wir klettern. Das testen wir. Oh, okay. Ich komme einfach so rüber. Cool. Willst du mir gerade sagen? Okay. Dann schalten die wahrscheinlich einfach irgendwie die wieder an oder ist das mit Zeitbegrenzung, dass die wieder angehen? Warte. Ich teste das kurz. Wenn ich die jetzt ausschalte. Ich mache jetzt mal das Gleiche. Ich schalte die jetzt aus. Oh, warte. Ofen-Explosiv. Warte, den will ich in die Luft gehören. Sprengung jetzt. Cool. Hat man leider nicht gesehen, aber cool. Überwachungssystem offline. So, ich mache jetzt genau das Gleiche. Ich frage mich zwar, wieso man einen Ofen selbst in die Luft sprengen sollte. Also absichtlich. So, ich springe jetzt hier lang. Und dann gucke ich, ob die jetzt in dem Moment dann wieder die Kameras aktivieren. Nee, jetzt sind die Kameras aus. Okay, dann haben die wahrscheinlich eine Zeitbegrenzung oder die schalten die halt irgendwann einfach wieder an. Ich verstehe das nicht. Okay, ist mir egal. Ich mache einfach mal weiter. Okay. Wo bist du? Nach dem Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Okay, den hier. Können wir gleich einmal machen. Jetzt soll ich auch noch warten, oder was? Okay, schade. Ich dachte, ich könnte damit mal einen Headshot machen. Aber hab natürlich wieder verfehlt. Ach ja, das hier war aber das Studio, wo der Typ drinne saß. Wo die, ne, das Braindance, was wir gesehen haben. Cool. Ja, ich weiß. Ich finde euch auch so oder so. Ist gar kein Problem. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas Neues ist. Weil es gibt hier scheinbar... Okay, ich kann es wieder ausschalten. Dann gucke mal, ob jetzt einfach jedes Mal in den PC rein und schalten das einfach jedes Mal wieder aufs Neue raus. Hi. Okay, ich würde jetzt gerne... Oh, perfekt. Okay, also wenn du tatsächlich damit schon Kopfschuss machst, dann machst du dann, sind die Leute auch sofort tot. Das gefällt mir auf jeden Fall. Dann ist das doch eine gute Waffe. Man muss halt nur leider treffen. Das ist immer so ein bisschen ein Nachteil, aber... Ich meine... Größe Zungen würden behaupten, das müsste man mit jeder Waffe... Äh... Hier gibt es wieder Nachrichten. Haben Strom. Cool. Strom. Cool. Ausschalten. Deshalb habt ihr keinen Strom mehr. Ach, oder die aktivieren sich immer, wenn mich... Leute, da ist einfach ein Penis im Fernsehen. Äh, oder diese Dinge aktivieren sich immer... Also die Kameras aktivieren sich immer, wenn mich jemand entdeckt. Kann das sein, dass mich da eben gerade jemand entdeckt hat? Weil jetzt gerade haben die sich, glaube ich, genau in dem Moment aktiviert. Jetzt habe ich gerade einfach random 2000 IDs gekriegt. Okay. Die haben sich, glaube ich, in dem Moment aktiviert, wo die anderen mich gesehen haben. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum dieser Fernseher auch einmal wieder ganz gegangen ist. Warte kurz. Hat das Schießen jetzt gereicht, um die wieder zu aktivieren? Nee. Irgendwann stelle ich mich einfach mal hier hin und warte einfach drauf, was passiert. Kann ich Aufzug fahren? Kann ich nicht. Schade. Okay. Okay. Ach lol, das ist... Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Okay. Okay, also das hier ist die Tür zu Evelyn. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal die anderen noch töten, aber dann retten wir erstmal Evelyn. Und töten die dann beim Rausgehen. Ja, ich... Irgendwie ist die Mission widersprüchlich. Judy sagt, ich soll sie nicht anfassen. Die Mission sagt, ich soll zu Evelyn gehen. Ich meine, okay, ich kann mich natürlich daneben stellen, ohne sie anzufassen. Aber wir wissen auch alle, was passiert, wenn ich mich daneben stelle. Wahrscheinlich komme ich dann in den Cutscene, wo ich sie anfasse. Oder was sagst du dazu? Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Ach, jetzt machen wir das gleichzeitig. Okay. Äh, was denkst du? Was denkst du denn? Was soll ich machen? Das, weshalb wir hier sind. Sie nach der Wahrheit fragen. Johnny, sie ist bewusstlos. Oder eine bessere Schauspielerin, als wir dachten. Na, ich glaub tatsächlich nicht, dass sie nur Schauspieler, sondern tatsächlich bewusstlos ist. Weil ich hab die ja auch, äh, gefühlt eine halbe Stunde durch die Kameras beobachtet. Hallo, guten Tag. Schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Okay. Ich bin bereit. Oh mein Gott. Okay. Los geht's. Mach dich bereit. Und? Jetzt! Jetzt! Okay. Erstmal Fragen stellen. Ja, ich stell dir jetzt keine Fragen. Ich seh da jetzt nicht so die krasse Chance, dass wir was erreichen. Äh. Alles in Ordnung. Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutungen oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich seh jedenfalls keine Wunden. Die ist jetzt zum Glück auch keine Wahl. Nur die da und die da und im Gesicht so eine kleine Wunde. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Woh lang? Ich hab die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Lul, okay. Dann kann ich die anderen doch leider nicht töten. Aber dann ist doch das Item, was ich, äh, markiert hab, auch weg oder nicht. Irgendwo hab ich mir doch ein Item markiert, was ich noch mitnehmen wollte. Oh, da war noch ein Item. Nehmen. Hehehehe. Okay. Julie wartet da, dann gehen wir zum Aufzug. Der jetzt auf magische Art und Weise funktionieren wird. Gehen. Ach ja, das war ja dieses, äh, Etui, dieses Zigarett, diese Zigarettenschachtel, die wir Evelyn geben sollten. Ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Ach so. Hm. Verdammte Scheiße, wie? So, die eine Hälfte von mir sagt, ja, wir haben so einen Splitter im Kopf, der uns eh nach und nach tötet, also ist es ja eh egal. Die andere Hälfte sagt... Da hat er auch wieder recht, aber ich tue ihm den Gefallen nicht. Rauchen ist was für Poser und es stinkt. Ha, ha, ha. Verdammt, Quatsch nicht. Mach endlich ne Kippe an. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Und bei wem sind wir jetzt? Sind wir jetzt bei Julie? Ähm, okay. Ich glaube, wir sind bei Julie. Dann machen wir hier auf jeden Fall einen Cut. Wie gesagt, ich will mich mal ein bisschen kürzer fassen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.